hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video heute werden wir zwei cases öffnen und ja ich werde mir keine kisten kaufen ich werde warten bis sie vom spiel aus selbst gedroppt werden ich kaufe mir nur mal die schlüssel dazu weil ich kein geld für so eine kiste ausgeben möchte da die ja sowieso automatisch gedroppt werden wird viermal pro woche kann das vorkommen muss aber nicht also seid gespannt fangen wir schon mal an direkt mit auch wenn ihr wüsstet wie oft ich richtig bin nehme mal die hier komm 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 na wenigstens ne lila ne wenigstens ne lila ne das ist schon mal gut naja weiter jetzt aber komm 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 ach ne die ist so hässlich oh nein nein oh gott na gut ähm inventar alle zack mal gucken was die schon wert hat denk mal nicht sehr viel paar cent ja immerhin 29 cent und die sieben cent ja klar weil beide einsatz erprobt sind ja so nichtsdestotrotz werden wir beide ausrüsten und diese auch ja spielen wir mal ne runde machen wir deathmatch oder warte mal ja gut gut ähm ja machen wir noch ne deathmatch oder gelegenheit zerstörung ne deathmatch ist gut so nur ein bisschen warten hier bis wir ein server rufen haben gut da ist auch schon soweit dann nur ein bisschen laden hier ja standard zeug halt komm 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 mache doch mal hin hier dann werde ich mal hin da sind ja 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 der schon wird er gut los hier komm mache 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 Dankeschön welcher hatte ich? Ich hab doch vergessen Scheiße egal warte Moment mal gucken her Glück18 habe ich hier Genau, genau, die ist es. Ich jetzt, ach ey, kommt. Loi, ähm. Die Waffe ist eigentlich richtig geil. Deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass es die Waffe ist. Wo ich das Skin gezogen habe. Jo. Läuft bei mir. Ne, war niemand. Kommt, kommt zu Papa. Hier steht jemand. Ach komm, von hinten wieder. Jawohl. Jawohl. Die zieht ganz schön rein, meine Glöck 18. Ich habe jetzt im Schluss glaube ich noch einen Headshot verpasst. Ich weiß gar nicht, ob die Mapp gerade mal zum zweiten Mal oder so. Auf dem wartet der. Na gut. Gehen wir mal weiter. Ich diese Viecher hasse. Wow. Ich habe getroffen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, wo seid denn ihr alle? Meine Glöckchen. Ohohoho. Ich habe gerade so an der Wand vorbeigeschliffen. Nein, 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 nein. Ich gehe hier lang. Alter. Ich wollte gerade sagen, mein Handy klingelt in einer Tour. Aber naja. Ja, das wäre jetzt ein bisschen schlecht gewesen, wenn ich den noch verkackt hätte. Oh, wir sind zwei noch. Nice. Ach komm. Ne. Das ist ja gerade noch entkommen. Der Hund. Oder ich habe den Ton so weit leise gestellt und ich finde ihn immer noch übel laut. Nice. Jawohl. Jetzt geht es los hier. Kommt. Ich glaube 18 Euro, da kann ich mal wechseln. Achso, die habe ich sogar bei ihm noch. Ah, cool. Habe ich gar nicht gesehen. Weil ich darauf nicht achte, was ich für eine Zweitwaffe bei mir habe. Ich werde gerade loslaufen, Alter. Also ich finde die Maps, die es hier gibt, die selbst zusammengestellten von den Mitspielern sind eigentlich richtig nice. Alter. Meine Fresse, wie fällt denn der aus? Gerade so noch überlebt, ey. Das war klar, dass ich das nächste nicht überleben werde. Das war's mit Ihnen vorhin. Wollen wir nicht zu wild unterwegs, hier? Alter, der hat ja überhaupt nicht getroffen, der Typ. Ach, Gott. Ja, gut. Damit kann man schon mal machen. Nice. Da war glücklich gerade in der Füge. Alter, war der schlecht. War der schlecht. War der schlecht. Mensch, er schreckt mich doch nicht so. Ja. So, Rache. Der war fast down. Ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt, weil ich den so fett getroffen habe. Ja, immer noch Dritter, das ist auch noch... Ja, gut. Vierter. Warum hab ich noch mal gedacht, dass ich Dritter bin? Ja. Ja, naja. Komm, 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 komm. Yes, Zweiter. Na, wo seid ihr um? Yes. Wo? Ach, in der Sonne. Sagst du's doch, man. Gott. Alter, wie schlecht ich war, ey. Wie eine Schande, dass ich das noch gewonnen habe, ey. Ja. Alles klar. Nehme ich mal die jetzt, ne. Hab mal Bock drauf. Ja, super. Freu ich mich. Ach, komm. Wie unfair ist der denn, alter, scheiß Camper? Stimmt, wird er ein Franzose. Ja, ja, scheiß Vorurteile. Mensch, sag doch, dass du's bist. Der war aber schlecht im Zählen, oder? Habt ihr das nur so im Gefühl gehabt? Kippt, das hatte ich mal im Gefühl, dass er so schlecht war. Moin. Wie läuft's? Jetzt hau ich's ja alle um hier. Pass mal auf. Jetzt läuft's. Jetzt hab ich'n Lauf. Mit der Waffel, da hilft's halt immer. Ah, ja. Ist halt einsatzerbrot, ne. Zweiter, jawohl. Ja. Gut. Diesmal war ich schon wieder der Beste aus meiner Gruppe. Aber gut. Das war's wieder mit der Runde. Hoffe, euch hat's gefallen. Macht's gut. Haut rein. Ciao.